Damit es erst gar nicht zu einem Befall durch Loki kommt, empfiehlt es sich verschiedene Maßnahmen zu ergreifen. Loki hat die Besonderheit, dass es im Prinzip keinen richtigen hundertprozentigen Stutz gibt, aber Sie sollten sicher gehen, dass Loki es schwer hat, auf Ihre Systeme entsprechende Vorgänge vorzunehmen. Diese Vorgänge können Sie durch verschiedene Maßnahmen stoppen. Die einfachste Möglichkeit ist hier die Applikationskontrolle. Denn wenn das System gehärtet ist vor entsprechenden Anwendungen, die unautorisiert sind oder nicht gewollt sind, dann kann Loki hier entsprechend schon mal nicht den Schaden anrichten, wie es gerne der Fall wäre. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter unter Umständen einen Datei-Download vornimmt oder einen Anhang in einer E-Mail öffnet, die Viren verseucht sind, dann ist in dem Fall der weitere Vorgang von Loki hier relativ einfach durch die Applikationskontrolle zu unterbinden. Entweder nach dem Whitelist-Verfahren oder Blacklist-Verfahren. Bei Loki würde sich das Whitelist-Verfahren der Applikationskontrolle anbieten. Im ersten Schritt sehen Sie hier bei der Applikationskontrolle, welche Anwendung benötigt der Mitarbeiter bzw. mit welchen Anwendungen arbeitet der Mitarbeiter. Dies kann auch für das ganze Unternehmen eingesehen werden. Und dann können Sie aus dieser Liste ganz einfach verschiedene Anwendungen zu einem Paket zusammenschnüren, um sie dann später freigeben zu können. Das mache ich jetzt mal. Ich habe im Vorfeld hier bereits schon ein Paket zusammengeschnürt für Office-Anwendungen. Gebe den Mitarbeitern entweder gezielt, den einzelnen Kollegen oder über Gruppenvererbung mehreren Gruppenmitgliedern dieses Paket zur Verfügung. Und ab dem Zeitpunkt ist es so, dass entsprechende Anwendungen nur noch erlaubt sind, wenn sie diesem Paket zugehören. Sie können auch im Nachhinein hier entsprechend einsehen, was versteht man in diesem Paket Office für Anwendungen, die dann erlaubt sind nach dem Whitelist-Verfahren. Und wenn jetzt der Mitarbeiter hier beispielsweise sich Loki schon eingefangen hat und wie wir vorhin gelernt haben, entsprechende Zugriffe vornimmt, beispielsweise über den Ordner Temp, wie Loki unter anderem auch agieren kann, dann wird dieser Zugriff gesperrt. Das heißt, ich führe einfach mal diese Anwendung aus. Das würde Loki selbst machen in dem Fall. Und der Zugriff wird dann entsprechend gesperrt. Das heißt, Sie sehen hier zum einen die Meldung, die dann durch Windows erzeugt wird, aber auch innerhalb von EcoSecure können Sie dem Mitarbeiter ein Pop-up erscheinen lassen, das dann hier beispielsweise diese Texte beinhalten könnte. Das heißt, der Mitarbeiter kann dann, wenn Sie dies soweit hinterlegen, sehen, wie hieß der Dateiname der Anwendung, die gesperrt wurde und wodurch wurde diese Anwendung gestartet. Das ist hier an der Stelle möglich, auch wie ich es hier hinterlegt habe, dass dann der Mitarbeiter sich bei der IT-Abteilung meldet, um dann entsprechend diesen Vorfall zu melden. Das ist hier möglich. Aber Sie sehen auch beispielsweise weiterhin natürlich in dieser Maßnahme der Applikationskontrolle bei dem Benutzer, welche Anwendung ausgeführt wurde und dass sie auch soeben gesperrt wurde. Darüber können Sie sich auch dann informieren lassen. Das heißt, der Zugriff wurde hier verweigert. Der Explorer wollte einen Zugriff auf diese Service-Host-Exe vornehmen, die im Ordner-Temp lag und das war nicht erlaubt. Das ist die eine Möglichkeit, dass man bestimmte Anwendungen gezielt frei gibt. Aber um das Leben auch nochmal der IT erleichtern zu können, bietet hier EcoSecure die Möglichkeit auch, die Applikationskontrolle recht einfach umzusetzen. Das heißt, es gibt hier vertrauenswürdige Objekte und da können Sie beispielsweise sagen, dass in bestimmten Ordnern Ihre autorisierten Anwendungen drin liegen, wie beispielsweise unter dem Windows-Verzeichnis oder unter Program-Files. Das heißt, Sie gehen einfach hin und sagen, okay, Anwendungen sind vertrauenswürdig, wenn Sie beispielsweise in einem bestimmten Ordner drin liegen, wie Programme. Sie können das explizit hinterlegen mit dem direkten Pfad oder auch mit Variablen ausstatten. Alles, was unter Program-Files drin liegt, egal wo Program-Files sich befindet, darf verwendet werden und schon verwaltet sich quasi die Applikationskontrolle von alleine. Und wie wir vorhin gelernt haben, ist es ja so, dass Loki im Standard, es gibt natürlich auch Abwandlungen, sich im Temp-Ordner ausführt. Temp ist nicht in dieser Liste drin, der vertrauenswürdigen Installations- oder Anwendungspfade. Also würde dann weiterhin, wie wir hier in diesem Beispiel sehen, die Ausführung dieser Excel-Dateien bzw. Anwendungen gesperrt werden. Weiter gibt es aber auch andere Möglichkeiten, Anwendungen freizugeben, entweder nach dem Installations-User oder nach dem Herstellerzertifikat. Das heißt, Sie können hier innerhalb von EgoSecure nach Ihren Herstellern von Applikationen suchen und dann beispielsweise sagen, alles, was von bestimmten Herstellern stammt, ist generell vertrauenswürdig. Wenn Sie dann auch die Anwendung sehen möchten, die dahinter steckt, dann sehen Sie hier entsprechend die Meldung der jeweiligen Anwendungen, die hinter diesem Herstellerzertifikat liegen. Das ist an der Stelle möglich, recht einfach, unkompliziert, aber bietet dann auch an der Stelle einen Schutz vor ungewünschten bzw. kritischen Anwendungen. Portable Apps beispielsweise lassen sich dann auch nicht mehr ausführen, denn sie liegen ja nicht in diesen Pfaden, es sei denn, man gibt sie noch mal explizit frei. Und somit hat man dann auch entsprechend einen weiteren Schutz. Ja, nicht nur die Applikationskontrolle bietet die Möglichkeit, hier entsprechend gegen Loki vorzugehen, sondern auch natürlich die Analyse, über welche Schnittstellen können die Mitarbeiter sich einen Virus einfangen bzw. Loki einfangen. Und neben dem Einfallstor der E-Mails bzw. der Browse-Exploits etc. haben wir ja entsprechend im Vorfeld der Präsentation gesehen, dass auch mittlerweile externe Datenträger bzw. Cloud-Speicher gerne verwendet werden, um solche Viren ins Netzwerk reinzuschleusen. Hier gibt es auch innerhalb von Ego Security die Device-Kontrolle, dass man entsprechend mit der Zugriffskontrolle im englischen Access Control sagen kann, bestimmte Schnittstellen sind generell gesperrt, aber die Verwendung von bestimmten Gerätschaften, die autorisiert sind, ist weiterhin möglich. Auch hier lässt es sich dann entsprechend der Content-Filterung eingrenzen, dass beispielsweise ausführbare Objekte nach dem Blacklist-Verfahren gesperrt werden auf diesen externen Datenträgern. Und somit können Sie auch verhindern, dass ausführbare Dateien, DLL-Dateien, die beispielsweise auch das System manipulieren können bzw. unadressierte Software auf dem System installieren bzw. starten können, gesperrt werden. Diesen Filter habe ich vorher unter Content-Header-Filter ganz einfach angelegt. Ego Security bietet hier die Möglichkeit, diese Maßnahme zu ergreifen und diese Filter-Definition können die Kunden entsprechend selbst einstellen. Auch eine weitere Maßnahme, wenn es bereits schon zu einem Befall gekommen ist, dass zumindest Loki oder andere Anwendungen auf dem System sich platziert haben, aber vielleicht noch nicht aktiv geworden sind, dass man darüber informiert werden kann. Hier bietet Insight einen Einblick in das Netzwerk. Das heißt, Sie können sich am Ende des Tages beispielsweise informieren lassen, welche Anwendungen sind frisch über den Tag ins Unternehmen mit reingewandert. Es gibt da entsprechend eine Analyse, die Sie sich aufzeigen können bzw. auch die Verwendung von Anwendungen ist hier ebenfalls möglich. Neben weiteren Analysen, die Sie fahren können, wie beispielsweise welche Datentypen kamen über externe Speichermedien ins Netzwerk bzw. welche Daten wurden ins Netzwerk übertragen. Das an der Stelle und wenn man hier beispielsweise sieht, ausführbare Dateien kamen über externe Datenquellen bzw. Schnittstellen in das Unternehmensnetzwerk, dann kann man per Tree in Funktion ganz einfach schauen, was ist da genau passiert, wann gab es diese Zugriffe und auch durch die Deanonymisierung, welche Mitarbeiter waren hier betroffen gewesen bzw. wenn ich mir die Details dann anzeigen lasse, hier dann auch die weiteren Informationen. Wie hießen die Geräte, an welchem Rechner wurde der Zugriff von welchem Benutzer vorgenommen, was war es für eine Art des Zugriffes, mit welchem Prozess wurde darauf zugegriffen bzw. mit dem Dateinamen dann auch klar und deutlich ersichtlich, wie hieß die Anwendung bzw. die Datei, die hier transferiert wurde. Also Insight bietet auch hier die Möglichkeit entsprechend nachvollziehen zu können, welche Risiken und Bedrohungen habe ich soweit im Netzwerk bzw. wie ist entsprechend die Bedrohungslage akut. Und bei automatischer Berichterstattung können Sie sich dann entsprechend auch hier informieren lassen. Ein weiterer Schutz gegen Loki bietet ebenfalls das Thema Verschlüsselung. Wichtig ist natürlich, die Daten zu schützen, die nicht in Hände von Dritten geraten sollen. Das können Sie durch verschiedene Verschlüsselungsmaßnahmen auf externe Speichermedien, CD, DVD, Cloudspeicher, Ordner lokal auf der Festplatte bzw. im Netzwerk vornehmen. Wie verhindert man dann entsprechend, dass Loki die Daten verschlüsseln kann? Die Daten, die sensibel sind, die gewünscht verschlüsselt werden sollen vor dem Zugriff von unberechtigten Personen, die können Sie beispielsweise mit der Folderverschlüsselung ausstatten. Das heißt, Sie können hier sagen, welche Ordner sollen wie verschlüsselt werden und im Umkehrschluss können Sie dann sicherstellen, dass wenn entsprechende Anwendungen oder Benutzer versuchen, auf Ihre Daten darauf zuzugreifen, die verschlüsselt wurden, hier dann auch transparent anhand des Schlosssymbols ersichtlich, dass dieser Zugriff nicht einfach gestartet werden soll, sondern Sie entsprechend dann auch einen Hinweis bekommen sollen bzw. auch sagen können, okay, bevor dieser Zugriff überhaupt erlaubt wird, soll der Mitarbeiter diesen Zugriff genehmigen. Und wenn Loki beispielsweise auf die Daten dann darauf zugreifen möchte, um sie zu verschlüsseln, würde an der Stelle diese Meldung auftauchen. Der Mitarbeiter kann dann sagen, okay, die Anwendung Lady B-Achse, wie wir in dem Beispiel von gerade eben gesehen haben, wie Loki unter anderem aussehen könnte, verstehe ich nichts, möchte ich nicht erlauben, denn diesen Zugriff habe ich nicht vorgenommen, sondern dass es im Hintergrund passiert, also soll es gesperrt werden. Hierzu gehört natürlich auch ganz wichtig die Sensibilisierung der Mitarbeiter, damit die Mitarbeiter nicht einfach sagen, okay, alles erlauben. Um natürlich einen Schutz gegen Loki erreichen zu können, muss man den Mitarbeitern auch entsprechend bewusst machen, dass bestimmte Aktionen nicht einfach durchgeführt werden sollen bzw. dass vorher entsprechend das Risiko abgeschätzt werden soll, bevor ich überhaupt einen Anhang einer E-Mail-Adresse beispielsweise öffne. Ja, und wie Sie sehen, mit wenigen Klicks und Maßnahmen bietet EgoSecure hier mehrere Schutzmaßnahmen an, die vor dem Befall von Loki schützen können. Neben dem Thema Antivirus, was natürlich auch hier durch EgoSecure ermöglicht werden kann, sind das auch weitestgehende Maßnahmen, um Loki das Leben zu erschweren bzw. den Befall verhindern zu können.